so 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 youtube jetzt geht das in die zweite runde wir wollen ein paar üble aufträge machen würde ich sagen und guck mal wie wir da vorankommen wir brauchen mich gelten müssen den kredit abbezahlen und wir haben schon so viel verloren dass wir das brauchen wir rufen jetzt bei die sitzianer an 64 12 498 na du miese kleiner pizza bäcker wo brennst denn ich brauche dringend geld man kann sich auch bei denen geld leihen ich suche nebenverdienst und jetzt geht es los jetzt müssen wir uns das aufschreiben ich mache mein eigenes notepad auf hole im hotel italia in trionfale italia am 14 dritten ja um zwei uhr fünfzig dino dna ab und bringe sie am 15 dritten um sieben uhr zwanzig italia de bank in m quirnale so und trionfale italia hotel ok hotel wichtig so alles aufgeschrieben ist okay machen war deine gage beträgt bei erfolg 1520 das risiko beträgt 15 prozent nimmst du den auftrag an ich würde sagen wir haben ja gar keine andere wahl den auftrag nicht nicht anzunehmen dann müssen wir einfach durch würde ich sagen also rein da auftrag annehmen wir erwarten dass du unseren auftrag präzise ausführst um so absolute diskretion und diskretion behandelt so jetzt haben wir nur ein problem es ist der elfte dritte wir müssen diese beiden sachen finden wir müssen nach italia bank in die in triophanale jetzt gehen wir auf die bezirke vittoria salerio montenaro tribunore aventensio emkulane ist das hier emcilio trasavertare arulio tribunriño wo ist trionfale darum da oben ist trionfale ok so und da im hotel orte hotel kann man nämlich filtern sowas gibt es heutzutage in den spiel gar nicht mehr hotel italia hier müssen wir hin wo ganz oben ok ganz oben die gelben dinger da müssen wir hin und dann müssen wir in die italia de banke in m quernale das dürfte die sein dass die banko roma italia de bank suchen wir das könnte also sie sein italia de ja ok das heißt bei der muss ich ranzoomen es ist nämlich ganz wichtig die uhrzeiten einzuhalten weil wenn man zur falschen zeit da ist dann gibt es probleme so ist aber erst der elfte dritte wir verkaufen nix also geschenkt wir haben keine kunden dann kann ich auch die tage überspringen wann sollten wir hin 14 dritter muss nämlich aufpassen jetzt ist der 13 dritte und wir müssen da um zwei uhr fünfzig sein deswegen würde ich sagen fangen wir um zwei uhr den tag an zuckini essen ist in jetzt wird es auf jeden fall spannend ok wir hatten eh keine kunden der 14 dritte 2 uhr 10 jetzt müssen wir warten und auf die uhrzeit achten wenn man rumklickt geht gleich eine ganze stunde oder so weg 22 vorher darf man es auch nicht anklicken sonst verscheucht man die sachen oder erhöht das risiko 30 und dann haben wir dino dna dabei die kann uns durchaus in den knast bringen zu 15 prozent oder wir werden überfallen also 42 42 und 2 50 hier nehmen sie den koffer und verschillen sie schnell ok jetzt haben wir die dino dna dabei und die sollen wir am 15 dritten um 7 uhr 20 jemanden bringen so dann gehen wir hier um sieben uhr hin und wir suchen schon mal auf die bank das war die hier gibt es keine fragen mehr doch gibt es aber nicht für für kanalpunkte weil das schon am limit war fast das wird erst am 27 januar zurückgesetzt und wir haben irgendwie fast die hälfte schon weg gehabt deswegen habe ich das mal ausgesetzt weil für bids geht diese sache nämlich irgendwann hoch deswegen ist das die bevorzugte variante nicht weil der dienst davon quasi lebt anscheinend keine ahnung warum ja eigentlich können wir den nächsten tag starten wir haben nichts verkauft wo wocheneinnahmen 590 wieder ein gehalt ja 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 27 müssen wir hier in die bank rein 7 uhr 10 ich hoffe es die richtige bank los schnell geben sie her und dann nix wie weg wir haben es geschafft du hast einen auftrag zu unserer zufriedenheit ausgeführt hier dein vereinbartes honorar die unterwelt bedankt sich sie haben ihren ersten auftrag für die unterwelt unbeschadet erledigt diese könnten für sie den erfolgreichen einstieg in die unterwelt bedeuten 4500 da haben wir geld bekommen früher oder später wirst du deine eigene AI haben naja früher oder später wahrscheinlich eher später als früher aber grundsätzlich ein anzustrebendes ziel so unser restaurant hier unten popularität ist wieder im keller ich glaube wir brauchen wieder ein paar handsettel die kosten 250 ich würde sagen machen wir so soll es uns 100 kosten haben wir einen höheren marktanteil die restaurants öffnen jetzt auch erst oh sie hat die pizza aber das leider nur eine darstellung das muss nicht sein dass sie wirklich was ist ich esse pizza margherita die preise kommen gut rüber in der gegend hier kann man sich so ein bisschen interaktiv informieren ob man gut oder schlecht ankommt ähm ja und dann hoffen wir dass wir irgendwann mal endlich eine pizza verkaufen ich glaube der charakter ist nicht gut zum starten es wurde ein neuer spielautomat erfunden itara corp haben einen neuen spielautomaten erfunden er ist der erste der wirklich zurückschießt wir haben schon einen tester vor ort der das gerät testet der tester hat sich seltsamerweise seit acht stunden nicht mehr gemeldet tja warum wohl ich guck mal nach ob es etwas gibt an sich könnte man ja auch zwei eis kombinieren text to speech plus normale städte bei der man eine persönlichkeit einstellen kann richtig gerpils nummer eins ähm es gibt nämlich auch zufallsevents hallo äh ich weiß ich bin spiel dran ich hab den bus verpasst dumm ausreden interessier mich nicht dann ist sie sauer dass mir das nicht nochmal vorkommt äh kann doch jemals passieren hier geht ihre laune runter hier wird das immer wieder passieren wenn man sagt ist auch kein problem deswegen sagen wir das hier dafür bleibe ich halt eben etwas länger so ja so ist es halt so ist das leben damit muss sie leben motivation 68 das ist okay motivation 70 ist okay die vorräte verderben hier nach und nach ich hole auch nur noch für zwei tage erstmal aber wir kriegen immer noch keine kunden es gibt eine image to video ähm AI ja es gibt wahrscheinlich für alles inzwischen irgendwelche AIs wir könnten natürlich unseren Laden ein bisschen attraktiver gestalten nicht wir könnten mal hier reingehen und zumindest zwei pflanzen holen wir haben ja jetzt geld bekommen so dann ist er schon mal ein bisschen bisschen beliebter wir könnten einen anderen Boden auswählen vielleicht ein bisschen Teppich komm wir nehmen hier so einen schönen orangenen Teppich der hat vielleicht auch nochmal einen Einfluss da drauf und ähm Ali Automat komm Zigarettenautomat ist sehr teuer nicht Kondomautomat ist auch sehr teuer können wir uns echt nicht leisten Jukebox Fernseher auch so sehr sehr teuer Flipper sehr sehr teuer man kann nämlich auch eine Art Spielhalle betreiben ja Dekoration wir könnten auch hier eine Kerze zusätzlich raufstellen so dann ist ein bisschen mehr los hier nicht äh Beliebtheit minus 17 aha ich glaube die Einrichtung macht doch was mehr aus als ich dachte ähm was wir gerade nicht so beliebt sind hätte ich gar nicht gedacht ähm ich liebe dieses Setzen über Pixel können wir auch nochmal hier eine holen so und dann können wir auch nochmal das Restaurant ist für die Zeit des Einrichtens geschlossen ja ja welche Gäste so wunderbar dann ist das noch ein bisschen besser minus 17 wir warten mal ab hat noch immer keinen reingebracht manometer dabei ist es doch so schön dekoriert wer würde nicht zu uns als italienisches Restaurant reinkommen ja hier kann man auch gucken Tisch, Gartenstuhl, Blau, Fühl, Blablabla wenn man den Laden schließt kann man es auch umstellen am Tag ähm dann ist aber der Laden zu Bodenpflanze Qualität 45 Qualität 60 Qualität 36 Qualität 28 die haben halt nichts zu tun nicht da ist die Motivation natürlich dementsprechend auch nicht niedrig sondern hoch und ich würde sagen wir müssen einfach mehr Aufträge erfüllen weil wir Geld brauchen Prost die Siziana warte auf Verbindung na du mieser kleiner Pizzabäcker wo brennst denn na wir brauchen einen Nebenverdienst so erster Auftrag weg hole in der Giacomo Schule 18.03 3.50 das ist morgen schon okay da müssen wir ganz schnell gucken Giacomo Schule in M. Quirnale ein ein Wasser ab und bringen ihn am 20.03 natürlich ein einmal Wasser um 8 Uhr also da müssen wir eine Stunde warten in die Bar W W W contexts in M Quirnale okay beides im gleichen Bezirk mal gucken, wie viel es dafür gibt Risiko 5%, es gibt aber nur 750 aber es bringt unsere Reputation hoch, deswegen machen wir das wir werden alles mit Diskretion behandeln, natürlich werden wir das und jetzt müssen wir die Salamis verdorben und muss entsorgt werden, nein shit, ah man okay, wir gehen kurz hier die Salami ersetzen falls jemand doch kommen sollte, wieder erwartend 1, 2, 3, 4, 5 so, ähm, jetzt müssen wir gucken die Schule im Quernalo ist es die? nee, das ist G. Bruno ähm, Bezirke ah, okay, der Bezirk gibt es hier Giacomo, hier müssen wir hin Giacomo, ja, Komo ich hab mir ja das O, doch, Giacomo richtig, hier müssen wir hin morgen dann würde ich sagen let's go nix verkauft, natürlich nicht so, und wir sollen da oben 3.50 rein ich glaub, wenn man einmal hoch 3.20 3.30 ja, das Risiko guck ich jetzt nicht an dass ich dann genau rausklicke und dann ist 3.50 komm, 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 komm 3.40 schnell, wir brauchen den Wassereimer gib ihn uns gib ihn uns pssst, hier nehmen sie den Koffer und verschwinden sie schnell so sehr schön und am 20.03 erst um 8 Uhr pfff, okay ich würde sagen, wir beenden den Tag und jetzt ist der 20.03 und um 8 Uhr das heißt, wir müssen um 7 Uhr aufstehen und wir müssen die Bar Venezia finden ähm, Orte Bar bist du die Bar Venezia? ne, du bist die Bar Casanova Bar Amore Bar Mamma Mia ach du Scheiße, wie viele Bars gibt's denn hier? Bar Gramimi okay, dann kann's ja nur noch entweder die oder die über uns sein Bar Speziale Grande Bar Venezia okay, hier müssen wir hin morgen und 7 Uhr 8 Uhr ja da können wir ein bisschen warte mal rausklicken reinklicken rausklicken reinklicken rausklicken reinklicken so 7.40 ist noch ein bisschen besser okay Text to Speech ist kein Problem naja, siehste aber da gibt's ja auch so viele Modelle das macht ja jeder irgendwie ich hab so viele Leute auch gesehen die ihre eigene Leute sprechen los schnell geben sie her und dann weg du hast deinen Auftrag zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt hier dein vereinbartes Honorar sehr gut ja dadurch steigt natürlich unser Rang wir sind immer noch Verlierer sobald die Ränge steigen werden die Aufgaben auch schwieriger ähm und ja auch brutaler sag ich mal aktuell läuft's aber halt mit dem Geschäft nicht so gut da müssen wir auf jeden Fall irgendwie eine Lösung finden eher der Chatbot ist das Problem einige verstehen nur Englisch ja gut da kannst du aber auch ja eigene machen was mich so ein bisschen stört ist dass hier die der eine die eine Deko nicht zu sehen ist die ist da drunter gerutscht irgendwie naja Persönlichkeit haben die auch nicht wirklich naja okay ich weiß halt nicht inwiefern die Persönlichkeit bei der AI wirklich einbezogen wird aber sie sagt sowas wenn du äh erzähl mir einen einen Witz der Community würde sie wieder was mit Waschmaschinen sagen nicht ja ich würde sagen wir brauchen wir brauchen das Geld wir müssen echt der Laufbursche der Mafia werden und uns echt an den Aufgaben hocharbeiten na wo brennt's denn ich suche immer noch Nebenverdienst okay wir sollen ins kaufhaus kaufhaus karducci und das kaufhaus mhm und das am 21.3 um 0.30 um 0.30 okay das ist schon morgen krass und dann am 22.3 um 8.10 ins Hotel Vulcano ah das hatten wir gesehen Vulcano in ach aber in Aurelio also da gibt's noch ein anderes okay und das andere oben ist in M Quirnale alles klar das klingt doch machbar 22.3 direkt den Tag danach 8.10 8.10 0.30 hab ich aufgeschrieben 2160 19% Risiko nehm ich natürlich an ja wir passen auf uns auf ähm so als erstes bevor die Uhrzeit umspringt ganz wichtig restaurant 1 die Vorräte an Oliven sind verdorben na kann ich jetzt nicht ändern wir müssen finden das Kaufhaus Kadutschi ähm Orte Kaufhaus in M Quirnale ich glaub das Kadutschi war hier nicht genau da wär das Kaufhaus Kadutschi wir verkaufen ja immer noch nix wir halten uns jetzt mit Kleinkriminalität einfach übers Wasser 0.30 müssen wir da rein ist schon 0.10 0.20 alle bereit alle bereit 0.30 hier der Koffer ok jetzt bevor wir den Tag beenden müssen wir nach Aurelio das heißt die Aufgabe ist auch schon ein bisschen aufwendiger das zu finden das ist hier ok und da suchen wir das Hotel Orte Hotel dann kann das ja nur das hier ne Hotel Atlantis oh da unten sind noch Hotels ah da Hotel Vulcano das Gute hier ähm und aufpassen Uhrzeit war 8.10 also gehen wir auf 8 ja gut gut dass wir Geld holen 8.10 los schnell hier und dann nix wie weg sehr gut und da kommt unsere Geldquelle du hast deinen Auftrag zu unserer Zufriedenheit ausgeführt hier dein vereinbartes Honorar die Unterwelt bedankt sich ihr neuer Rang in der Unterwelt ist Amateur den Sprung aus dem totalen Unbekanntheit hätten sie somit geschafft sehr gut hier ist unser neuer Rang da stehen wir ganz am Anfang aber wir haben 5000 auf dem Konto das ist erstmal eine beruhigende Summe nicht wahr dafür dass wir im Wassereimer und irgendwas umher tragen mussten ähm glaube ich gar nicht so schlecht ja ich richte jetzt noch nicht weiter ein ich würde sagen wir brauchen mindestens noch ein zwei Aufträge damit wir das Restaurant ein bisschen hübscher machen können sonst wird's eklig TTS werde ich wohl mal selber ausprobieren wobei da der Stimme mit der Stimme interessant wäre gerade wenn man ein Spiel macht wäre TTS und Text to Text Übersetzung äußerst interessant definitiv ja ist auf jeden Fall was 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 ich auch gerne noch machen würde nicht also den Chatbot ja sowieso und dann wenn du dann eine eigene KI mit Text to Speed schaffst umso besser 17% Popularität immer noch nur ups ich wollte hier rauf Handzettel komm da holen wir jetzt mal 400 kostet zwar 200 hat aber auch eine 8% Reichweite wir müssen einfach mal jetzt unser Restaurant pushen wir könnten noch ein paar ähm paar Pizzen machen Spargel Peperoni Zucchini was haben wir eigentlich alles nicht Spargel Peperoni Zucchini aber komm wir machen noch eine Pizza Spargel Peperoni Zucchini so Spargel erstmal 2 3 4 5 6 jetzt Spargel Peperoni auch wieder so Spargel 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 Knoblauch beliebt kein Trend dann nehmen wir ein bisschen Knoblauch ähm 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 wo ist der Spargel da oben dann legen wir diesen tollen visuellen Spargel Spargel hier hin und dazu ist Ingwer Ingwer immer noch nicht beliebt Oregano geht noch dann nehmen wir den Oregano den legen wir hier schön auf die Seite da kann man glaube ich in Italien nicht viel falsch machen und der Mozzarella ist noch beliebt aber ich würde mal sagen wir gehen auf den Parmesan hier ähm einfach weil wir sonst nur Mozzarella im Angebot haben und das ist einfach ähm ja schlecht irgendwann oha oha ah R0 dann ähm Spargel echt die Pizza Spargel man kennt sie kostet nur 80 Cent deswegen nehmen wir die für 8 Euro auf und dann kaufen wir die entsprechenden Vorräte ja es ist eisverdorben ich hole mal nur für drei Tage falls es losgeht dann haben wir zumindest was ups 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oha der hat gar nicht alles der hat auch nicht alles aber brauchen wir auch nicht für 5 Tage reicht doch noch bis es verdirbt ähm und vielleicht noch eine Ausstattung nochmal ähm damit diese schöne Farbkombination einfach ähm ja allen Leuten zur Verfügung steht ja ja die Leute stehen vor geschlossenen Türen welche Leute denn so wird auf jeden Fall immer beliebter ich mein ey wer würde hier nicht äh essen gehen ist ja wunderbar äh ich hab grad gedacht ich hab den Auftrag noch nicht ausgeführt aber doch haben wir ja schon ich hatte grad ein bisschen Muffensausen generell wäre es auch cool das einfach über ein YouTube Video laufen zu lassen das Video von Englisch einfach auf Deutsch übersetzen na gut das geht ja schon in Time mit normalen Algorithmen ähm die KI kann durchaus Untertitel erstellen also das macht sie wenn du zum Beispiel einen Short erstellst analysiert sie ja eh den ganzen Text guckt äh wo sind gute Sachen und die von Versadi zum Beispiel die kann auch Deutsch analysieren keine Einnahmen Schweinerei wirklich Schweinerei sag ich euch 4100 nur noch Beliebtheit des Restaurants minus 15 nur noch das ist schon wir steigern uns die die Handzette helfen auf jeden Fall hier passiert nicht viel hier passiert nicht viel wie auch Mais ist out eine Umfrage ergab dass Mais zur Zeit kein gefragtes Gemüse ist das liegt am Geschmackswandel der Bevölkerung momentan werden eher Lebensmittel mit herzhaften Geschmack verzehrt ja das Video von Englisch auf Deutsch übersetzen ich denke da etwas weiter okay Müdigkeit 23 Uhr 0 Uhr gleich uiuiui ja gucken wir mal was die Mafia hier zu uns sagt oder die Einzelnen die uns sicher Geld geben äh sonstige die Sizianer na du mieser Pizzabäcker ey 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 ich bin hier aufgestiegen ich brauche Nebenverdienst so hole im Hotel am 26.03 das ist erst in paar Tagen um 2.50 ziehen ich einen Kali ab äh okay Hotel O Ö Ö Ödipus okay Ödipus in M Punkt Q Punkt und am 27.03 also einen Tag danach um 8.40 ins Kaufhaus Kaufhaus Gar Mani in M Q Also alles noch in unserem lokalen Ding Das wird eine sehr hohe Risiko Quote haben ähm da gucken wir mal Risiko 20% 2125 klingt aber verlockend deswegen nehmen wir das an Untertitel holen Untertitel übersetzen Stimme herausnehmen und dann ein paar TTS in Deutsch mit der Stimme des YouTubers sprechen lassen Ja gut das wurde ja schon gemacht durchaus Wobei du ähm das Stimmmodell ist schwierig zu generieren aus schlechten Audioquellen Also weiß nicht ob da ein Video reichen würde da musst du wahrscheinlich zwei drei Videos analysieren vorher dann könnte das klappen ähm okay wann 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 23 26 okay wir gucken nochmal wo das Hotel Oedipus ist ich finde halt dadurch dass man hier wirklich die Hotels Restaurants sich angucken muss für so eine Sachen ähm denkt man wirklich man ist in der Stadt unterwegs nicht obwohl das so da mal also heutzutage natürlich nicht mehr so wäre aber damals fühlt es sich halt so an nicht äh Hotel Oedipus bist du Hotel Oedipus da ist Hotel Oedipus okay das da unten ist Hotel Oedipus am 26. dritten ähm okay der ist ja noch nicht oh wir haben unsere ersten Pizzen verkauft oh mein Gott zwei Stück ding 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 15 Euro Mark Gewinn darauf trinke ich Prost dann geht's ja jetzt aufwärts mit uns äh 26 da sind noch zwei Tage äh wo ist unser Restaurant das muss hier doch irgendwo sein da ich finde nur schade dass man die Farbe nicht wechseln kann von der Markise geht so an die Einrichtung kann man sich gewöhnen ach vielleicht brauchte man mindestens drei Tische dass das losgeht das kann auch sein ah er geht direkt wieder raus schade ah das kann noch sein oh da hab ich nicht dran gedacht ok da fehlt was mandarinen kaufen war das alles noch da war noch der 24 ok ups wir haben ein bisschen was eingenommen aber es sind natürlich noch keine Summen von denen man wirklich leben kann am Ende und mit jedem Klick vergeht immer Zeit da muss man halt aufpassen ich esse gerade Pizza Exotica ich möchte mal wirklich wissen wo sie ihre Mannschaft backen gelernt hat ja sie hat nirgendwo backen gelernt das ist auch das Problem so also 26 ist er um 2.50 Uhr das ist noch der Easy Part und dann müssen wir ins Kaufhaus Garmani ähm jetzt ist die Sache je mehr man sich bewegt wenn man so eine Aufgabe macht desto höher ist das Risiko entdeckt zu werden das heißt von den Klicks her muss man relativ wenig machen ähm 20% ist schon recht ordentlich nicht gegenüber 5 oder 10% die wir vorher hatten ähm Kaufhaus Garmani ok also von da unten Hotel Oedipus ne wo ist das Hotel Oedipus da Hotel Oedipus müssen wir mal wohin seh es da Kaufhaus Vuelo ne Kaufhaus Vatikano ich liebe halt diese Stadtfront Ansicht nicht also da habe ich mich als Kind immer richtig rein verliebt ähm ok dann suchen wir das Kaufhaus Garmani Kaufhaus wo sind noch welche Kaufhaus Vuelo du warst du warst Kaduchi Vatikano hä wo ist denn das Vuelo Vuelo Vatikano 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 Hotel Oedipus ne doch hier Hotel Oedipus und dann müssen wir hier hoch Kaufhaus Garmani ok also da müssen wir morgen rein Uhrzeit ist 2 Uhr gestellt 2 Uhr 50 müssen wir rein jetzt wird spannend erster großer Auftrag oder größerer dann haben wir nämlich einen guten Rang auch bei der Mafia irgendwann und da muss man nicht mehr diese Abgaben zahlen das lohnt sich auf jeden Fall 30 40 nehmen sie den Koffer an verschwinden sie so jetzt gehen wir schon mal hier hin so und da müssen wir um 8 Uhr morgen hin und zwar um 8 Uhr 40 ja ich weiß keine Nach Dings ich habe Aufgaben zu erledigen scheiß auf das Restaurant 8 Uhr 10 und jetzt ist das Risiko bewegen oder auch generell entdeckt zu werden bei 20% das ist halt uuuh nicht zu unterschätzen 8 Uhr 20 8 Uhr 30 8 Uhr 40 los schnell gehen sie und dann nix wie weg puh du hast deinen Auftrag zu unserer Zufriedenheit erfüllt sehr gut wir haben wieder über 5000 äh wo ist unser unser Ding da ich würde sagen wir kaufen davon noch noch einen Platz ich meine das das Hotel das Restaurant wird keinen Schönheitswettbewerb gewinnen nicht davon mal abgesehen und noch ein Tisch drin solange die Sachen hier hochgehen werden die Leute halt auch ähm zufriedener sage ich mal und dadurch kommen sie dann eher stellen wir hier noch eine in die Ecke wir haben nur noch minus 15 Popularität da ist schon unser erster Kunde stellen sie mich nicht ich habe keine Zeit mich mit ihnen zu unterhalten danke dafür so wir haben aber die ganzen Sachen nicht mehr inzwischen kommen Leute deswegen können wir da so ein bisschen mehr kaufen würde ich sagen der hat alles nicht dann nehmen wir den immer glaube ich das ist ganz gut das da das da das da können wir aber nochmal nachkaufen und die Annahme wie lange das dauert basiert natürlich auf den aktuellen Werten das heißt wenn jetzt mehr Pizzen verkauft werden weil mehr Kunden kommen dann kann es durchaus sein dass man nicht mehr genug Vorräte hat gerade wenn die Pizza hier reinkommt und alle die eine Pizza essen wollen dann braucht man halt die Vorräte ganz besonders und das kann schnell ins Geld gehen ok Karte das hatte ich schon The Undead Chicken Killers On Tour der Schrecken aller Eltern ist wieder auf Tour die Befürchtung um gewalttätige Konzerte und Ausschreitungen mit der Polizei wächst da die Band den Kampf gegen Staat und Gesellschaft angesagt hat ok Undead Chicken Killers irgendein ja auf irgendwas spielt das an was ich nicht mehr kenne ich würde mal einen Tag skippen 5 verkaufte Pizzen 37 schon Gewinn gemacht jawohl wir sind reich oh 62 Pizzen jetzt geht's los und die Wochenausgaben 590 wir müssen aufpassen ist der 28 und wir müssen 2000er Miete zahlen die geht halt auch ab oh ich esse gerade Mühlrad kannst du voll vergessen ich esse Margarita kann man sich reinziehen also ich esse gerade Mühlrad ich möchte wirklich wissen wo ihre Mannschaft packen gelernt hat ey das ist meine Signature Pizza und der lacht mich hier aus oder was okay Marktanteil 7% immerhin schon mit der Einrichtung kann man ganz zufrieden sein sehr schön so liebe ich mir die Kunden und weil das gleich so teuer wird würde ich sagen müssen wir noch einen Auftrag annehmen bei der Mafia nicht damit wir gleich im nächsten Monat mit einem sicheren Gefühl rein starten also das Mühlrad besteh ich schon mal nicht ey na du mieser kleine Pizza Bäcker ey ey ich brauche dringend Geld ich brauche Informationen ich brauche einen Auftrag okay es geht wieder los Leute äh am ersten vierten ja um 0.30 ja ein Collier ab in der Platzer Bank in M.Q. und am zweiten vierten um sieben Uhr zehn Hotel Atlantis Aurelio okay da wissen wir zum Glück wo die Sachen liegen nicht ähm klingt gut Risiko ist 27% aber gibt auch 3000 hu ha das machen wir auf jeden Fall würde ich sagen ist das Absicht dass er so aussieht wie Mr. Spock natürlich ist das Absicht genau wie der andere wie ähm äh Gottschalk aussieht und der andere wie ähm Gorbatschow oder wie ähm äh unser einer Bundeskanzler dicker Kohl da genau nimmst du den Auftrag an natürlich nehme ich den an wir erwarten dass du unsere Aufgabe präzise ausführst also absoluter Diskretion ähm am nächsten Tag aber man kann gar nicht sehen welcher der nächste Tag ist nicht März hat 31 Tage oder das ist jetzt wichtig ja okay muss man ja äh nochmal wissen oha Vorräte sind alle und jetzt dauert schon länger dass die Zahlen hoch gehen das bedeutet halt dass die Sachen ähm mehr weg gehen und deswegen braucht man dadurch höhere Vorräte damit das für längere Tage halt hält was aber immer ein gutes Zeichen ist weil dann kommt halt Geld rein oha 4200 wir haben sogar 500 Gewinn gemacht wow okay wir haben das erste mal positiven Gewinn gemacht hand handzettel sind leider ausgelaufen ist der dreißigste morgen ist also erst der einunddreißigste wir haben also noch einen tag zeit oh ich esse gerade pizza napolitana ich kann nichts dran aussetzen so nehme ich so ein ding ist das alle klar dann kümmern wir uns darum oha der gegner übernimmt die karte im bezirk platzer banker zu finden also platzer banker shit ich hoffe die ist hier oben ja bank platzer und hotel aurelius dürfte gleich hier oben sein hat das sehe ich auf der karte besser nee waren das da oben da oben da oben da oben hier irgendwo hier hotel adria nee atlantis war das hier aurelio nee triumphale aurelio ah hier die großen beiden waren das da hier vulcano genau äh und stromboli aber ich muss nach atlantis was scheiße ok orte hotel äh erstmal morgen ist ja noch ein tag zeit dann kann es nur das hier sein ja ok zu dem kleinen hotel da müssen wir von hier oben irgendwo ne bank vatikan war es nicht da die bank von der bank platzer müssen wir dann da runter ok wir haben 393 ein bisschen weniger verkauft wir haben aber auch keine werbung laufen aber nicht bevor der monat um ist gebe ich nicht geld aus so und wir müssen das wann abholen morgen um 0 30 jetzt kommt die erste dann abrechnung am ersten vierten 0 30 393 nochmal eingenommen stromkosten 288 summe 3319 miete 2816 zinsen tilgung die habe ich ganz vergessen wir haben hier noch einen kredit laufen kacke ja ok 3300 1500 bleiben uns gerade mal noch übrig im monat haben wir minus 6600 gemacht aber wir haben ja trotzdem dafür inzwischen maschinen einrichtungen mehrwert der sich über die zeit hält nicht wahr es gibt pizza wettbewerbe da kann man mitmachen kostet 500 würde ich mal nicht mitmachen jetzt 0 30 müssen wir in die bank 20 komm 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 hä hä gibts noch ne plaza banker du miese stinkte du hast unseren auftrag nicht wie versprochen ausgeführt da du sollst uns kennenlernen sie verspüren einen dumpfen schlag auf ihren schädel als sie wieder zu sich kommen merken sie dass ihre energie und gesundheit je um die hälfte gesunken sind scheiße gibt es ne zweite plaza banker es gibt ne zweite plaza bank oh nein das das sind die gemeinden die gemeindinger da hätte ich gucken müssen kacke mhm bank plaza warum heißt die andere denn auch bank plaza hier äh wo war sie da plaza und die ist auch im bezirk plaza a die eine hat nur ein set nö plaza zza ok dann dann ist es man kann ja nur eine von beiden ansteuern nicht scheiße jetzt ist unsere gagquelle weg und unser vertrauen ist gesunken wir sind wieder verlierer oh nein und wahrscheinlich wenn ich anrufe werden die uns keinen auftrag mehr geben wir legen jetzt immer auf wenn ich anrufe nicht die sind sauer shit es lief so gut geht ran jungs zu nebenverdienst ok wir versuchen es nochmal also am zweiten vierten um zehn uhr zehn das ist gut zehn mini wanzen ab ok in adria hotel in m schelio und am vierten vierten um zwei uhr zwanzig in die sankt petros nicht peterkirche ok in m avenzio ok ja 26 prozent risiko das heißt es wird zwei hotels geben scheiße nimmst du den auftrag an ja natürlich ich brauche das geld was bleibt mir anders übrig nicht oh man die sind echt sauer aber morgen wäre dann um zehn da müssen wir eine ganze stunde warten und wir müssen jetzt ins hotel adria jetzt dürfen wir nochmal uns hocharbeiten shit und das ist in m celio der ist hier unten da gibt es nur ein hotel das ist sehr gut das heißt in dem hotel müssen wir auf jeden fall hin und die sankt petros kirche es gibt nicht so viel kirchen würde ich sagen genau das dürfte die hier sein genau das andere ist nämlich die sankt peter kirche sankt peters genau aber durch den bezirk m avenzio wissen wir das ist die hier das heißt wir müssen von dem hotel dann zu dieser kirche hier so wo ist hotel 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 erster vierter wann am zweiten vierten um zehn uhr das heißt wir können in ruhe den tag hier erstmal gestalten gucken gucken sind alle vorräte da nee das obst ist verdorben da werden wir nachholen wir stehen gerade nicht finanziell so gut da und ich glaube die nächste wochenabrechnung kommt ich kaufe vielleicht nicht ganz so viel und unsere popularität ist wieder runter für 50 noch mal ein paar zettel holen aber wir sind auf 54 pizzen immerhin schon rauf die wir verkaufen gewinnt 393 das ist okay so das hotel ist sogar bei uns um 10 uhr 10 müssen wir hier hin man kann leider nicht die zeit großartig skippen außer indem man halt so hin und her zoomt mein hamster ist ausgebrochen na dann jetzt aber zack zack okay scheiße 10 uhr 10 oh alter das war fies dadurch dass die klickzeit kosten wäre das fast schief gegangen so kirche ansteuern wo bist du kirche da ich gehe nochmal auf sicher ja das ist die kirche m avenzio das passt sein petrus kirche am 4.4 das heißt nicht heute sondern jetzt am tag und dann um 2.20 so man startet um 2.10 so du hast deinen auftrag zur zufriedenheit erfüllt ja gut mal gucken wir sind immer noch nicht über verlierer weg haben wieder unsere 5000 drin direkt im zweiten auftrag hinterher anders wird das nichts werden wir brauchen einfach geld um ein besseres restaurant ähm auszustatten bar venezia es gibt zwei bar venezias nicht ich glaube das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein scheiß ding 7.4 6.50 bar venezia in mq die kennen wir aber wegen 10 und am 8.4 um 8.50 hotel stromboli kennen wir auch das ist das große in momentano gut aufgeschrieben ist es 7.4 8.4 6.50 8.50 ok risiko nur 13% ok 2052 finde ich gut dann haben wir da auf jeden Fall was ich meine inzwischen nehmen wir ja sogar ein bisschen was ein mit unserem restaurant und sind nicht ganz auf das angewiesen da fehlt auf jeden Fall was da müssen wir wieder nachholen später kauft das alles ein manager ein der kann auch verträge machen und kriegt dann rabatte man könnte auch verträge machen aber man kauft am anfang viel zu wenig ich werde ja alles bei ihm hier holen nicht es 7 uhr wir könnten noch mal gucken dass wir vielleicht einen besseren ofen noch kaufen von dem geld damit die kapazität der öfen der der sitzplätze ein bisschen besser entspricht ich meine die kellner kommen dann als nächstes an die grenzen 66 die motivation sinkt leicht sein ist gleich das gut ja mehr ausgaben können wir uns eigentlich nicht erlauben jetzt haben wir aber erstmal vier tage ruhe da auch noch vier tage ruhe und dann müssen wir den auftrag ausfüllen pepperoni spargel gurken himbeeren oh da sehe ich eine gute pizza gurken himbeeren und spargel jetzt werden wir mal crazy jetzt machen wir noch eine tolle pizza ähm schöner aussehen nicht so jetzt gurken gurken auf eine pizza können doch nicht falsch sein oder ich finde das grüne so herrlich ähm und was passt da wurst wurst passt auch wunderbar ähm zu gurken oder und was ist da noch ganz gut dazu knurblauch ne eigentlich zwiebeln aber die sind nicht im trend paar karotten zu gesund nicht mais eigentlich aber mais war glaube ich auch nicht im trend ähm pilze ein paar champignons ja das ist eine sache champignons sind nur sehr teuer da muss man aufpassen ich weiß nicht ob das hier auch ist in der stadt werden wir sehen und immer noch ingwer unbeliebt ne ingwer geht inzwischen deswegen werden wir hier mal ein bisschen ingwer rauflegen bisschen schärfe dazu bringen nicht ja und dann noch ein bisschen oregano und das ganze wird abgerundet mit ein bisschen schafskäse würde ich sagen hmm schöne pizza und dann nennen wir sie gurkino ah er hat leider null er hat fünf gurkino das sind die namen die eine pizza brauchen sehr beliebt gar nicht schlecht die pizza dann geben wir dir mal wie viel äh boah elf elf ist okay nicht für 1,49 kaufen wir die entsprechenden vorräte ein so und dann gucken wir mal was die nächsten tage mit dieser pizza alles so schönes geht so siebter vierter da haben wir noch ein bisschen verkäufe nicht so stabil wochen ausgaben spargelos wurde 247 mal verkauft umsatz 1976 kosten 180 an zutaten gewinn 1795 so davon gehen 590 noch an die mitarbeiter grundsätzlich ist es aber jetzt schon rentabel dieses restaurant das ist doch gut sind auch schon ein paar leute hier drin stören sie mich nicht ich habe keine zeit mich mit ihnen zu unterhalten man kommt sich ja wie in einer Bauernhofshalle vor so billig wie die einrichtung ist ja ok vorräte reichen nicht irgendwas ist verdorben oder alle da die schrimps sind weg unsere popularität minus 17 noch drei tage 64 pizzen verkaufen wir wieder 466 einnahmen jawoll hu wichtig wichtiger schritt wieder man muss halt immer darauf achten dass die sachen alle lieferbar sind die man braucht gerade wenn sachen verderben oder so und man nicht hinguckt dann nehmen das die gäste einem richtig übel sollte man also wirklich vermeiden dass das passiert ja sechster vierter morgen ist schon der siebte vierte ich hätte fast geklickt wir müssen um sechs fünfzig in diese bar gehen ok dann suchen wir die schon mal raus die war hier unten nicht bar venezia da oben war die oder so ok orte bar ich habe noch gar nicht geguckt wo die war nicht casanova mamma mir amore massimos speciale grandel dann haben wir wenigstens alle durchgescheckt venezia hier wieder und von der müssen wir eigentlich nur gerade rüber nicht zu den hotel stromboli im momentano oh nee ist doch ein anderes es gibt noch ein hotel stromboli oh ich hoffe es gibt nicht mehr als eins hotel caesar hotel vulcano hotel oedipus hotel stromboli also ganz oben in der ecke genau ok ganz oben in der ecke hotel von hier so also venezia um 6.50 am nächsten tag um 8.50 in stromboli noch mal gucken eingestellt 6.00 6.50 sollen wir da sein 6.00 6.00 also es hat kein leichtes leben als pizzabäcker nicht das merkt man hier in dem spiel auf jeden fall Man muss sich mit allem Mitteln übers Wasser halten. Nehmen Sie den Koffer. Ich nehme ja den Koffer. Wir reisen ganz schnell zum Hotel da drüben. Und da müssen wir wann hin? Um 8.50 Uhr. Da müssen wir nur einen Tag später aufstehen. Dann läuft doch das aus. Ostfriesland erklärt Bayern den Krieg. Ostfriesland erklärt diesen Akt der Aggression als Vergeltungsmaßnahme für ungezählte Ostfriesen-Witze. Bevorzugte das Angriffsgebiet der Ostfriesen sollen das Hofbrauhaus in München sowie alle Biergärten und Käsehersteller sein. Was haben wir hier? Von uns keine Pizza mit drin. Schade, schade, schade. Umsätze auch noch nicht so da. Ich bin mal gespannt, was so kommt. Ist schon... Okay. Wir wollen ja an den nächsten Tag. 8.10 Uhr. Hotel Stromboli war das ganz rechts, hoffe ich. Oh. Wann sollte ich rein? 8.50 Uhr. 8.30 Uhr. 8.30 Uhr. 8.40 Uhr. 9. 30 Uhr. 9.40 Uhr. los schnell und nix weg dann jawohl hier hast du dein geld wunderbar 6150 auf dem konto fast so viel mit dem wir gestartet sind das heißt wir sind auf einem richtig guten 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 weg ich gucke noch mal die vorräte müssen auf jeden fall aufgestockt werden jetzt ohne probleme möglich wir haben jetzt wieder geld da können wir uns auch mal ein bisschen paar tage mehr gönnen jetzt wurde die sache noch weggehen ist es wichtig dass wir genug haben tut die futti ag diese ganzen kleinen anspielungen nicht sind halt auf sachen der 90er bezogen oder der 80er vieles kennt man vielleicht gar nicht also ich kann schon damals vieles nicht für vieles wie ja manche namen muss man halt auch noch älter zurückgucken alles käse käseloch sitz jano importe manche sind nur anspielungen speziale sekrete paparazzi siliano ag formatio franco aber tutti frutti zum beispiel war ja auch eine fernsehshow und so eine sachen und wenn man dann mit dem typen redet ich glaube der sieht aus wie von tutti frutti also sie sieht aus wie ah dann ist die von tutti frutti wir schließen grundsätzlich keine verträge mit einer gesamtsumme von unter 150 auf wiedersehen der affe mit windel der die sache hier hält ja wunderbar dann würde ich jetzt sagen bauen wir ein bisschen an unserem ding weiter hier und stellen noch mal ein paar stühle mehr rein natürlich schön eng um einen maximalen gewinn rauszuholen und man muss auch ein bisschen aufpassen das geht nämlich hoch dass man auch wirklich die stühle an die tische bringt das kann ganz schnell gehen dass das nicht der fall ist tagesabrechnung 126 bestellungen sehr sehr gut das heißt eine unserer pizzen ist anscheinend wirklich beliebt obwohl unsere popularität im keller ist also das ist nicht schlecht ich habe das geld was wir erwirtschaftet haben schon fast wieder ausgegeben aber man macht halt immer kleine fortschritte und das finde ich gut nicht also das nicht so dass man sofort irgendwie millionär ist man kann durchaus glück haben in dem spiel und schnell zu viel geld kommen auch ohne irgendwelche aufträge sondern man macht einfach die richtige pizza ist am richtigen standort und schon läuft die ganze schose von alleine das kann durchaus auch passieren man kommt auch auf die stadt drauf an in der man startet aber wir brauchen echt viel parmesan da geht irgendeine pizza mit viel parmesan gut weg jetzt haben wir auf jeden fall vorräte und jetzt ist unser problem eher langsam der kellner ja der gute kellner kann nicht so viel schaffen nicht der schafft nur 100 kostet uns 260 ich könnte jetzt einen neuen einstellen der würde aber 300 kosten und auch nur so 100 120 schaffen deswegen zahlen wir ihm mal so 360 dann geht nämlich seine motivation auf 96 und er schafft 129 so damit haben wir erstmal den engpass überwunden und das reicht für das was wir erreichen wollen locker aus erstmal und ich würde sagen mit dieser sache machen wir erstmal eine kleine aufnahmepasse und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann